Nächstes Wochenende am 11. September jährt sich zum zehnten Mal ein Ereignis, das unsere Welt des 21. Jahrhunderts verändert hat wie kaum ein anderes. Wahrscheinlich jeder von uns erinnert sich genau an die entsetzlichen Bilder dieses Tages und fast jeder von uns wird wissen, wo er da gerade war. Damals sind wir mit voller Wucht von terroristischen Anschlägen getroffen worden. Und wenn ich sage wir, dann heißt das, dass nicht der Anschlag nur den Vereinigten Staaten von Amerika galt, sondern allen Demokratien. Er galt der Art, wie wir leben, freiheitlich, offen und tolerant. Damals ging der Terrorismus ganz wesentlich von Afghanistan aus. Und wir haben den Kampf gegen den Terrorismus aufgenommen. Dies ist auch der Grund, warum bis heute 48 Staaten gemeinsam in einer großen Koalition versuchen, Afghanistan zu stabilisieren, damit aus einem solchen Staat nie wieder eine solche terroristische Gefahr ausgeht. Dabei haben wir vieles lernen müssen. Opfer sind gebracht worden, auch deutsche Soldaten sind gefallen. Und unsere Gedanken am 11. September gehen natürlich zu den Familien und Angehörigen. Sie haben sich für die Freiheit eingesetzt. Und wir werden das auch weiter tun. In der nächsten Zeit geht es darum, die Sicherheitsverantwortung Schritt für Schritt in Afghanistan an die dortigen Behörden zu übergeben. Das wird ein längerer Prozess. Aber dieser Prozess ist auf einem guten Weg. Im Dezember wird in Deutschland eine große Afghanistan-Konferenz stattfinden, auf der wir die weiteren Schritte beraten. Deutschland war von Anfang an der Meinung, dass man Terrorismus nicht allein mit militärischen Methoden bekämpfen kann. Sondern wir brauchen ein vernetztes Konzept, in dem Sicherheit, Freiheit, ziviler Aufbau und militärischer Einsatz Hand in Hand gehen. Dieses Konzept ist inzwischen das Konzept der gesamten NATO. Und es hat sich bewährt. Osama Bin Laden ist inzwischen tot. Und dennoch ist der Terrorismus nicht besiegt. Aber wir können uns gewiss sein, dass wir auf der Welt viele Verbündete haben. Gerade die Ereignisse im Norden Afrikas zeigen uns, dass nicht nur in Europa und Amerika, sondern überall auf der Welt die Menschen nach Freiheit, Streben und Demokratie aufbauen wollen. Deshalb können wir zehn Jahre nach dem 11. September 2001 sagen, der Kampf gegen den Terrorismus, der Kampf für die Freiheit, er hat international viele Partner zusammengeschweißt. Ganz besonders gilt das auch für das transatlantische Bündnis. Dieser Kampf muss weitergehen. Und er hat uns gezeigt, für eine freiheitlich-demokratische Ordnung müssen wir bereit sein, auch zu kämpfen. Dann allerdings wird es uns auch gelingen, dass der Siegeszug der Freiheit weltweit weitergeht. Und dass immer mehr Menschen die Rechte haben, die sie brauchen. Freiheit und Demokratie sind die beste Antwort auf Terrorismus und Bedrohung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017